Hallo, ich bin Tarinare, ihr seid für den Kanal Power Animals. Die Adventzeit kommt mit riesen Schritten näher. Übermorgen ist schon der erste Advents-Tag, also der erste Dezember. Ich hoffe, ihr wisst alle, dass ich letztes Jahr einen Adventkalender gemacht habe und da habe ich alle Marvel-Charaktere, die ich gern habe, als ihre Symbole gezeichnet und den Adventkalender gibt es jetzt zum Verkauf. Und heuer möchte ich so etwas ähnliches machen, mit ein bisschen einem anderen Layout für den Kalender und mit Anime-Charakteren tatsächlich als Designs. Und es wird jeden Tag im Advent ein Video geben, jeden Tag ein anderer Anime mit dem oder den Hauptcharakteren. Und ich hoffe, es gefällt euch. Ich werde immer eine kleine Notiz, so etwas wie ein Zitat zu jedem Anime dazugeben. Und vielleicht kurz, wenn ich es schaffe, über die Charaktere und die Geschichte vom Anime reden, während ihr seht, wie ich das Ganze zeichne. Das Video, das ihr jetzt gerade seht, ist ein Geburtstagsgeschenk, das ich an eine Freundin gegeben habe. Auf meinem Instagram seht ihr das Foto dazu sozusagen, das Bild, das vollständige dann. Vielen Dank fürs Zuschauen und macht's am aller allerbesten. Ciao!